servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal gerade gibt es richtig fiese exploits mit den spieler sich in die mythisch plus besten listen cheaten und das wollen wir uns in diesem video jetzt einfach mal anschauen letzten endes funktioniert das ganze mit torgast tatsächlich wer hätte das gedacht es war schon damals in shadowlands so dass man mit hilfe eines bug abuses anima powers in irgendeiner form auf pets übertragen konnte und wenn man die dann reingepackt und wieder rausgeholt hat etc pp hat man teilweise von anima powers profitiert wie das jetzt genau noch funktioniert ich habe ehrlich gesagt keine ahnung von daher ist es auch hier schwierig abzusehen weil sie eigentlich keine pet klasse dabei hatten also muss es irgendwas anderes sein aber guckt euch das an wieso weshalb warum kommt man darauf dass diese leute bugs abused haben wir sehen dieser char hier flupy null score die anderen haben alle zwischen 3,6 und 3,7 k dann aber hier auch mit zweier t set bonus unterwegs auch zweier set auch zweier set beim tank auch das ist schon sehr sehr merkwürdig gegeben der tatsache dass das ein 30er key ist sie haben es geschafft den key um 38 sekunden zu timen allerdings hatten sie 41 tode und haben den ersten boss in 27 sekunden getötet den zweiten in neun sekunden das timelost battlefield in 54 sekunden und den endboss in fünf minuten also allein daran sieht man da stimmt irgendwas nicht wenn das innerhalb von neun sekunden geht dazu hat hier wow hat geschrieben dass sie noch irgendwie versucht haben ihre namen zu verschleiern sie werden ja hier mit anon irgendwas angezeigt auch das ist shady sagen wir es mal so also irgendwas scheint da nicht zu stimmen und das ganze geht dann weiter waycrest manor mit 117 toden einen plus 30er getimt das ist richtig richtig absurd aber wundert einen halt nicht wenn sie bosse innerhalb von 21 sekunden umlatten ne also das ist richtig richtig weird da muss glaube ich in dem run gut es war tyrannisch aber irgendwie müssen sie da bestimmt auch noch was beim trash getrickst haben weil das ist halt schon richtig richtig absurd hier haben wir noch ein altal dasa mit 64 toden acht sekunden für den boss endboss jasma in 23 sekunden umgelattet also sagt was ihr wollt aber das wirkt auf jeden fall richtig richtig weird und hier sehen wir dann mal was früher gemacht wurde um den schaden zu pushen hier sehen wir diese teufelswache was sie an schaden gemacht hat und sehen dann hier 167 millionen damage in diesem log also das war dann ein einer dieser hexenmeister bug abuses wo dann das pet die ganze arbeit gemacht hat also das ist schon ziemlich ziemlich seltsam dementsprechend ähm ja die gruppe konnte es nicht machen mit magier magier schami priester und parla aber irgendwas muss da dahinter gewesen sein hier sieht man auch nochmal sehr sehr gut das hat zumindest wow hat angefügt dass sich manche leute auf diese art und weise mit dem torgast abuse auch damals innerhalb von drei tagen durch mythisch abarus durchgeboxt und gecheatet haben und hier sehen wir die erfolgsliste eines dieser dudes von den runs eben die hatten teilweise neue charts die keine 30 tage alt waren oder accounts was schon mal bedeuten könnte dass sie vorher accounts hatten die aber dann gebannt wurden und wir sehen dann hier dass sie an dem tag an dem sie die keys gelaufen sind sieht man das jetzt hier das datum steht nicht dran aber das war halt jetzt erst an dem datum haben sie hier 13er dritter haben sie torgast gelaufen also liegt die vermutung sehr sehr nahe dass da irgendwas passiert ist wir sehen also torgast ist immer noch eine gute möglichkeit um für mythisch plus und so weiter und so zu schummeln heißt ja es ist nicht so geil dass blizzard das immer noch nicht in den griff bekommen hat aber was willst du machen wir schauen mal ob da irgendwas noch resultiert ob da irgendwas nachkommt in sachen bands oder sonstige geschichten müssen wir einfach mal schauen aber ja falls ihr wisst wie die ganze geschichte funktioniert soll ich sagen schreibt es in die kommentare mich würde schon wissen wie sie es gemacht haben mich würde ich würde schon gerne wissen aber keine ahnung ich möchte auch niemandem eine anleitung zum cheaten geben falls ihr wisst wie es geht macht es aber auf keinen fall nach weil ansonsten wenn sowas rauskommt könnt ihr damit rechnen dass ihr am ende gebannt werdet und da gibt es nicht nur mal für zwei tage einen auf die finger nun denn wie dem auch sei ich danke euch recht herzlich fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen